Das, was ich jetzt aber mal probieren werde, ist einfach mal durchrennen, weil ohne Umständen könnte man es schaffen, obwohl durchrennen ist keine gute Idee, zumindest nicht am Anfang, am Anfang sind zwei Gegner, die muss ich definitiv umbringen, zwei Stück, drei sind das, das ist unten der auf der Brücke, das ist oben der auf der Balustrade und das ist der direkt da dahinter. So, die drei muss ich definitiv umbringen, vier glaube ich sogar, aber ja, gucken wir mal. Wenn der sich rumdreht, dann kann ich ihn wieder von hier anspringen, hätte ich beinahe gesagt. Hä, das geht doch nicht. Jetzt dreht er sich natürlich wieder hier herum. Hallo René, einen wunderschönen guten Abend. Hallo mein Lieber, wie geht es dir? Hi. Mensch. Äh, jetzt muss ich gucken, ich glaube, der war da oben bei der Lampe, ne? So, guck mal mal. Wo war der? Da ist er. Dann muss ich mich jetzt nur hier dran pappen. Wow. Oh. Schade. Oh, ich dachte, ich kriege ihn. Nee. Komm, fall da runter, du Drecksack. Oh, dann mache ich das freiwillig. Ciao. Uah. Oh. Dem habe ich absolut nicht gerechnet. So, okay, der ist aber weg. Gut. Äh, der hat mir auch nur 10 HP abgezogen. Das ist doch. Ganz gut. Ähm, ja, irgendjemand hat mich gesehen. Oh, nein, nicht du! Mit dir will ich nichts zu tun haben, du riechst nach Magie. Uah. Au. Mist. War ganz schön nass hier. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung, wo der Typ hin ist. Ah, da ist er. Sieht er mich jetzt noch? Ey. Was war das denn für ein Scheiß? Bin ich jetzt wieder runtergefallen? Ja, ich. Komm doch her. Kannst doch nicht schwimmen, ne? Na, komm hier. Komm. Komm. Hallo. Na? Wie geht's denn so? Ich bin hier unten, du Blödsack! Fragt er echt, wo ich bin? Hallo? Was ist denn das? Wieso komme ich nicht darüber? Hä? Hallo. Komm hier. Ich falle da immer runter. Ich habe keine Ahnung, warum ich da runterfalle. Das ist sehr seltsam. Okay. Ja, gut. Dann, ähm... Hm. Tritt er mich runter? Kann das sein? Ich habe so das dumpe Gefühl, dass der mir immer auf die Füße, äh, auf die Finger tritt. Der miese Hund. Breche halt. Was? Uns geht's gut. Hoffe euch auch. Und natürlich den Miezen. Ja, dem Kader geht's wieder gut. Der war letzte Woche beim Tierarzt, weil er eine, ähm, Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte. Und mittlerweile geht's ihm wieder aber wieder gut. Er hat jetzt, äh, mehrere Tage lang, ähm, drei Tage, glaube ich, war er, oder? Von Freitag an. Von Freitag bis heute früh hat er, ähm, ja, darf man eigentlich niemandem erzählen, aber er hat Opium bekommen. Mussten wir extra vom Tierarzt so einen Zettel mitnehmen, falls wir von der Polizei angehalten werden, dass wir das mit uns führen dürfen. Darf man niemandem erzählen, aber ja. Nö, ansonsten, uns geht's soweit eigentlich ganz gut. Der Typ ist nicht da. Hm. Ja, und ich würde das gerne machen, was ich eben gesagt hab. Ich würde jetzt gerne mal hier durchrennen. Ah, an den hab ich nicht gedacht, siehste. Okay. Oh. Okay. Tschau. Ich probier's jetzt einfach nach oben zu rennen. Äh, hallo. Och. Das sieht nicht gut aus. Das sieht absolut nicht gut aus, was ich hier gerade mache. Oho. Tschau. Och. Hä? Ist der Heiltrank nicht da? Oh, der Heiltrank ist nicht da. Ja, mach du nur. Tschau. Ich weiß nicht, wie viele Gegner man umbringen muss, um die... Achso, die ist hier, die Heilung. Okay, dann war ich auf der falschen Seite. Dann hüpfe ich da rüber. Und dann krieg ich die nämlich noch. Und dann hab ich zwei Heilungen zur Verfügung. So ist besser. Besser als nur eine. Okay. Äh. Dann auf nach hier oben. So. Okay. Und auf zu, äh... Ich hab keine Ahnung mehr, wie er heißt. Günther. So, können wir das skippen? Nein. Puh. Können Sie leider nicht skippen. Dein Lord Maio ist behind all this? Was macht es, meine? Bis jetzt wird dein Lord Kodas Kastel verbreitet. Und du wirst hier sterben. Boah. Ich werde wieder hier sterben. Das könnte sogar passieren. Von selber her. Fuck. Bleib dort. Okay. 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 Steh doch auf. Oh nein. Oh. Hilfe. Hilfe. Oh. Fuck. Was? Oh. Das knapp. Nein. Oh. Dieser miese Sack. Der elendige. Oh. Ja, du. Fuck. Der kann durch diese scheiße Mauer da durchkloppen. Ich nicht. Hm. Ach. Die hat gesessen. Die Granate hat gesessen. Ich wäre bescheuert. Brennt da noch der Sack. Fuck. Oh. Oh. Ja, du. Nein. Fuck. Fuck. Okay. Er hat mich umgelascht. Steh doch auf. Nein. Okay. Du wolltest sehen, wie das aussieht, wenn man da runterfällt. Oh. Scheiße. 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 Oh. Das ist echt übel. Und wieder ein Health verloren. Und vor allen Dingen zwei Granaten verloren. Du wißt, einer der Cheats schaltet sogar die japanische Synchro frei. Das ist dann sicher stimmiger. Wahrscheinlich, ja. Ich könnte es umstellen, aber... Bringt uns jetzt auch nicht wirklich was. So. Äh. Ich muss es, glaube ich, so ohne probieren. Äh. Ich muss es ohne, äh, ein Health Kit mitzunehmen probieren. Und sonst habe ich im letzten Level keine mehr. Ich habe auch ehrlich... Ich merke es gerade. Ich habe gerade nicht so die Geduld für diesen Level. Ähm. Beziehungsweise für das, was hier eigentlich zu machen ist. Ich merke es gerade selber. Äh. Finde ich gerade ein bisschen doof. Gerade echt nicht einfach. So. Komm. Dreh dich rum. Hä? Okay. Gut. Das ist gerade so gut gegangen. Hätte auch schlimmer enden können. Okay. Dann muss ich mir jetzt versuchen, an diesen Typen hier vorbeizuschleichen. Wo ist denn der ist? Was? Nice, nice. Okay. So. Machen wir das so. Es ist einfach, als wenn ich mich nach, äh, links oder rechts hangeln muss. Ich glaube, jetzt dreht er sich komplett einmal rum, ne? Nein? Sehr gut. So, okay. Der hat sich einmal an der Wand verewigt, wie man sieht. So. Okay. Jetzt müssen wir den hier wieder. Ah, er war gerade im... rechten... ...in der rechten Position. Ich hätte ihn mir schnappen können. Nein, nein, hier ist niemand. Oh. Schreck mich doch nicht so. Was passiert hier? Ilu. 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 Einen schönen guten Abend. Oh. Immer dann, wenn es hier gefährlich wird. Ilu. Einen wunderschönen guten Abend. Und noch an alle, die mitraiden. Hallöchen, hallöchen, hallöchen. Ich hoffe, euch geht's gut. Boah, hast du mich jetzt erschrocken, ey. Junge, mach doch sowas nicht mit mir. Ich werde alt. Scheiße, den muss ich jetzt auch noch kriegen, ne? Okay, den hab ich. Hast fast gut getroffen. Du hast es gut getroffen. Was, du wirst am 17.33? Ich bin schon 33. Komm, du wirst mal in mein Alter. Oh, Mann, ey. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier einfach so vorbeikomme. Oh, nein. Die blöde Kuh ist auch wieder da. Ciao. Ich laufe in der vorbei. So, okay. Die haben wir schon mal hinter uns gelassen. Nein, das ist nicht gut. Ah, tschüss. So, das hätten wir. Na. Geh da rüber. Was? Ilui ist alt. Der ist doch nicht alt. Der Jungspund. Das ist interessant, also, dass wir hier irgendwie so gefühlt alle ein Alter haben. Ich finde das immer interessant. Also, hier im Chat sind auch ungefähr alle, fast alle gleich alt. Immer irgendwie interessant. Keine Ahnung warum. Dieser ganze Horror-Kram macht schnell alt. Ja, vor allem kriegst du weiße Haare davon. Grau, weiße Haare. Dingens. Das Problem kenne ich. Ich spiele aber nicht so viel Horror. Ich spiele sowas. Hier, Lord Meio ist so beeinflusst. Ja, genau, alle so im Bereich. 30 bis 35, so in dem Dreh. Genau. Ja, ich habe weiße Haare im Bad. Nicht hier oben. Hier im Bad. Nee. Boah, der ist ein mieses Sack. 200 HP, ne? Jetzt dreht er hier völlig rauf. Hör mal auf, du. Alter, mieser Knochen. Fuck. Ich dachte mir, ich könnte es so schaffen. Komm mal her. Scheiße. Ich dachte echt, ich könnte es so schaffen. Hier an dieser tollen Kante. Der dreht echt auf. Oh, du Drecksack. 141. Mist. Der wirft aber auch echt super schlecht, ne? Boah, das gibt es nicht. Bumm. Hallo? Wieso gehen die nicht hoch? Hä? Ha, 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 ha. Blindgänger. Ja, offensichtlich. Oder ist ausgegangen. 111 HP hat er noch. Jetzt sind wir uns wenigstens ebenbürtig, du Drecksack. Komm her, du Gulasch-Typ. Hä? Da hat sich doch die Wand geglitscht. Jetzt weiß ich nicht mehr, was Farse ist, ne? Geht mir genauso. So. Puh. Ey, dass der mich aber auch jedes Mal trifft, ne? Dieser miese Knochen. Ey, ist doch gut jetzt. Oh, das ist doch gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 das darf doch nicht wahr sein, der hat nur noch 9 HP, das darf doch nicht wahr sein, fuck, das darf doch nicht wahr sein, aah, so fucking knapp. Oh, scheiß, die Wand an, oh, ich habe die ganze Zeit im Übrigen vergessen, hier einen Deathcounter hochzudrehen, das war jetzt der dritte Tod. Puh, oh, meine Pumpe, ey, mir geht gerade so dermaßen die Pumpe, das könnte ich euch nicht vorstellen. Oh, scheiße, das war so knapp und ich dachte, ich hatte noch irgendwie 20 HP und ich dachte, oh, den kriegst du, den kriegst du jetzt und jetzt bloß keinen Fehler machen. Und in dem Moment dreht sich aber der blöde Hund rum und tritt mir so dermaßen in den Rücken. Oh, scheiße, ey, oh, das war so knapp. Oh. Meine Fresse, jetzt weiß ich, wie du dich bei Elden Ring in Bosskämpfen fühlst. Oh ja, ich weiß das schon die ganze Zeit. Ähm, das Spiel hat ja hier irgendwie ein Problem, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ähm, wir haben das in dem, ich glaube, letzten Level oder so war das, äh, gehabt, zumindest, ja, ich meine, der letzte oder vorletzte Level war das. Äh, da war der Schwierigkeitsgrad irgendwie scheinbar resettet, ähm, und ich habe dann ausgesehen das Spiel mal neu gestartet, ähm, und auf einmal war es ultraschwer. Tja, also es war wirklich ultraschwer, sauviele Gegner, und, ähm, die haben mich mit weniger Schlägen platt gemacht. Ich weiß nicht mal, woran das liegt, aber irgendwie scheint das irgendein Problem mit dem Emulator zu sein. Ich glaube, hier ist es noch relativ easy. Oh, zensiert. Dieser Tod ist zensiert. Oh, oder auch nicht. Seine letzten Innereien laufen noch der Wand runter. Na gut, kann man mal machen. So. Hä? Der kommt jetzt, glaube ich, noch bis hierher, oder? Nee? Okay, dann schnappen wir ihn uns. So, er wollte sich gerade rumdrehen. Aber ist nicht. So, jetzt laufe ich wieder durch. Ihr wisst, wie es läuft. Oh. Nur vorher keine HP verlieren, das ist das Ziel. Ja, gesagt, getan. Und auf den Sack gekriegt. Ciao. Das ist lustig, dass man einfach vor denen weglaufen kann. Ist nicht zielführend, aber so komme ich wenigstens zum, ja, zum Ziel. Auch wenn es nicht zielführend ist. Das ist Blödsinn, was ich gerade erzählt habe, aber ist nicht mal so. So, okay. Das mit dem Schwierigkeitsgrad hört sich bitterböse an. Ist es auch. Das ist richtig mies. Ähm, weil dann in dem Waldstückchen waren nicht nur drei Gegner, sondern zehn. Und wie gesagt, die haben mich ultra schnell platt gemacht. Ultra schnell. Aber ich weiß jetzt, wie ich ihn zu nehmen habe. Er hat einen, er hat einen Pattern. Und mir ist es eben aufgefallen. Er tritt immer. Und dann wartet er kurz. Und in dem Moment, wo er dann aufhört zu treten, kann ich ihn eine mitgeben. Siehst du? Vorausgesetzt, man läuft nicht zu weit. Fuck. Ja, oder kriegt in den Rücken getreten. Steh auf. Oh. Das war gut. Gehst du tot. So. So schwer war der gar nicht. So. Ähm. So schwer war der Typ gar nicht. Das Problem war wirklich einfach immer nur, dass ich nicht abgewartet habe. Es ist immer das Gleiche. Du musst einfach nur abwarten, gucken, wie er macht. Ne. Blocken, Blocken, zuhauen. Blocken, Blocken, zuhauen. Das ist einfach. It's dead easy. Scheiße. Und ich racker mir hier echt einen ab, ey. Boah. Meine Güte. Das ist immer Io. Aber. Ich halte mich. Vielen Dank.